Müssen wir echt den Bogen mitnehmen? Der Ausblick ist fantastisch. Nur für dich. Du kümmerst dich um das Kind, ich mich um die Eltern. Na dann los. Was soll das hier? Ich will, dass du jetzt 10 Millionen Dollar auf drei verschiedene Konten überweist, okay? Ist dir eigentlich klar, dass ich mit dir machen kann, was immer ich möchte? Sie ist hier. Keine Dummheiten, sie ist eine gute Schützin. Erschieß sie. Du weißt, dass wenn Reed zurückkommt, sie euch beide fürchterlich bestrafen wird. Ich kann ebenfalls verrückt werden. . Untertitelung des ZDF, 2020